Wir freuen uns auf Katharina Fritsch, meine Damen und Herren, mit St. Frau Schödernessi, mit der hat sie gestern eine sehr gute V1, einen Viergangpreis absolviert, kommt jetzt dann auch in den Tölppreis hinein. Auch hier gibt es langsame Tölp-Tempounterschiede und den flotten Tölp zu sehen. Wir bleiben also beim Team unserer Gastgeber vom Gestüt-Lipperthof, Katharina Fritsch, als nächster Norde mit der Stütte St. Frau Schödernessi. Die Türe schließen wir auf Wünschen her. Alles Gute. Drei Aufgabenteile abermals, langsamen Tölp, Tempounterschiede, nach dem Handwechsel natürlich. Und zum Schluss der flotten Tölp. Bitteschön jetzt. Alles Gute für Katharina Fritsch. Bitte sehr. Bitteschön jetzt. Untertitelung. BR 2018 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 Dankeschön.